Geht's noch? Nein, lassen Sie, lassen Sie. Lassen Sie. Die Frage ist vollkommen zulässig. Es gibt keine unerlaubten Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Ich habe, erstmal finde ich es ganz toll, dass eine solche Umarmung eine solche Nachfolgerreaktion nach sich gezogen hat. Jürgen, ein lobotomierter, enteierter deutscher Journalist, hat daraufhin in der Taz geschrieben, Bruder hat damit eine lesbische Frau in die Fruchtbarkeitsreserve zurückgebracht. Ja, in der Taz, in der Taz, die ansonsten sehr viel sexuelle Selbstbestimmung ist, für eine Erweiterung des Spektrums sexueller Aktivitäten, für die Ehe für alle, selbst wenn es so wäre, was wäre daran ein Vorwurf an mich, außer dass ich, glaube ich, zum ersten Mal von einer lesbischen Frau so herzlich umarmt wurde. Deswegen, Herr Nowak, ich habe Frau Weidl nicht umarmt, weil ich da so viel zu schüchtern bin, jemanden öffentlich zu umarmen. Sie hat mich umarmt. Und ehrlich gesagt, ich sehe nicht, wo der Skandal ist. Der Skandal brach aus, noch bevor jemand meine Rede auch nur gelesen oder gehört hatte. Also es ist eine völlig absurde Diskussion, es ist eine sehr deutsche Diskussion, weil in Deutschland, vielleicht ist es bei Ihnen nicht viel anders, Politik auf Symbole reduziert wird. Wir reden nicht über das, was wirkliche Probleme sind, wir erfinden künstliche Probleme. Wie 70 verschiedene Sexvariationen, die Debatte um genderneutrale Toiletten. Deutschland ist ein Irrenhaus. Deutschland ist ein Irrenhaus. Wenn man Deutschland überdachen könnte, wäre es eine geschlossene Anstalt. Ich kenne das Argument, wo ist da die Islamisierung, der Anteil der Muslime beträgt zwischen 6 und 9 Prozent. Das ist völlig irrelevant. Ich bitte Sie, ungefähr 1 Prozent aller Deutschen wird kriminell im Sinne schwerer Kriminalität. Also nicht Laden, Diebstahl oder Schwarzfarben, sondern Einbruch, Raub, Mord. 1 Prozent, höchstens 1 Prozent aller Deutschen, richtig kriminell. Wir schaffen trotzdem nicht die Polizei und die Justiz ab, mit der Begründung, es sind nur so wenige, die einen Polizei- und einen Justizbetrieb notwendig machen. Im Übrigen, wir haben hier, glaube ich, 700 Besucher heute. Und mit allem Bescheidenen hat, glaube ich, davon sind 690 gekommen, um mich zu hören. Entschuldigen Sie, Herr Strafe, nehmen Sie es nicht mehr zu sehen. Meine Damen und Herren, Islamisierung ist keine Frage der Prozente. Der Islam beherrscht in der Bundesrepublik den öffentlichen Diskurs. Es ist das Thema Nummer 1. Und wenn es heute Abend nicht um Islam ginge, hätten wir 70 Besucher und nicht 700. Das ist das Wesen der Islamisierung, nicht die Prozente. Es gibt eine Islamkonferenz in Deutschland, eine Islamkonferenz, die inzwischen, glaube ich, beim Innenminister stattfindet, früher bei der Kanzlerin oder umgekehrt. Wenn ich ein Moslem wäre, wäre ich beleidigt, dass mein Glaube zum Gegenstand einer Konferenz erhoben wird und somit deutlich gemacht wird. Es ist ein Problem. Und ich finde, Herr Kiliitsch, was Sie sagten, sehr bemerkenswert, sehr richtig. Und ich kann Ihnen nun wirklich meinen Respekt bezeugen. Ich weiß, was Sie machen. Ich weiß, dass Sie alles Mögliche sind, nur kein Antisemit. Und dass Sie für diese Geisteshaltung gar keine Supertieren haben. Und ich verstehe auch, dass ich verletzt fühle, weil vom islamischen Antisemitismus die Rede ist. Aber es gibt eine. Es tut mir wirklich leid, dass Sie verletzt sind. Sie haben es nicht verdient. Das kann aber nicht davon ablenken, dass es erstens immer sehr viele Antisemitismen gegeben hat. Es gab den Christlichen, den Intellektuellen, den Linken, den Rechten, der Antikapitalistischen, den Sozialistischen. Es gibt ja nicht One-Size-Fits-All. Der Antisemitismus geht genauso mit der Mode wie alles andere auch. Und was ich inzwischen 70 Jahre alt so absurd finde, wir treffen uns heute hier, um über Antisemitismus zu reden. Über 100 Jahre nach der Dreifuss-Affäre und über 100 Jahre nach Theodor Herzl. Und beide Geschichten haben ja etwas mit Wien zu tun. Das ist, finden Sie, dass es vollkommen absurd ist, heute über Antisemitismus zu debattieren. Das ist so, als würde man heute über das Frauenwahlrecht debattieren, das auch gerade 100 Jahre alt geworden ist. Und man könnte natürlich sagen, dass mit dem Frauenwahlrecht etwas voreilig beschlossen worden ist. Das ist wirklich billige Pointe. Was ist das? Billige Pointe. Billige Pointe? Billige Pointe. Entschuldigen Sie, die billigen Pointe sind die besten. Ich weiß gar nicht. Okay, das wollte ich aufs Erste sagen. Ich hebe mir nur noch einiges auf. Einen Satz wollte ich nur sagen. Diejenigen, die den Antisemitismus am meisten missverstehen, sind leider Juden. Juden haben keine Ahnung vom Antisemitismus. Und wenn es mal ein paar Jahre Ruhe gibt und nichts passiert, glauben sie, es ist vorbei. Und sie sind dann unglaublich überrascht, wie die Einwohner von Jerusalem jedes Jahr überrascht sind, dass sie in Jerusalem schreit. Sie sind unglaublich überrascht, wenn es wenigen Antisemitismus in irgendeiner Form gibt. Und man muss, Sie haben vollkommen recht, Herr Kielitsch, man muss die Muslime ein wenig in Schutz nehmen und kein Moslem-Passion betreiben. Wir brauchen keinen muslimischen Antisemitismus. Wir haben genug selbstgemachtende Geschichte gehabt. Aber der Treibprimen, der Motor, der Antrieb des heutigen Antisemitismus kommt leider, leider von unseren muslimischen und arabischen Verwandten. Ich bedauere das sehr, aber das ist nun mal die Wahrheit. Und Sie müssen mir einbeziehen. Und es sind 56 islamischen Länder, die in der Konferenz der Islamischen Liga vertreten sind. Es sind zwei bis drei Länder, die man als gemäßigt demokratisch, also nicht ganz so absolutistisch bezeichnen kann. Albanien, Marokko, Tunesien und unter unschlau und Senegal. Es gibt in diesen Ländern keine demokratische Kultur, keine Kultur der Gleichberechtigung, keine Gewaltenteilung, keine unabhängige Justiz. Und es gibt ein Übermaß an religiösem Fanatismus. Und der hört leider nun mal auf den Namen Islam und nicht vergarne Ernährung. Sie haben ja leider vollkommen rechte Strafe. Aber in einem Punkt irren Sie sich. Es kann sich niemand zu den Werten einer Gesellschaft bekennen, die ihre Werte bereits aufgegeben hat. Und es geht nicht einmal darum, ich halte all diese Begriffe, Integration, Assimilation, was auch immer, viel vollkommen bescheuert. Es ist auch nicht entscheidend, ob einer Deutsch spricht oder gebrochen Deutsch spricht. Darauf kommt es nicht an. Es muss einen Minimalkonsens geben über das, was man machen kann und was man nicht machen darf. Und dieser Minimalkonsens ist in Mitteleuropa einfach verschwunden. Es findet eine Entgrenzung auf allen Gebieten statt. Und ich bin inzwischen fest davon überzeugt, dass die Aufhebung der geografischen Grenzen auch zu einer Aufhebung mentaler Grenzen geführt hat. Ich weiß eine vage Theorie, ich kann sie nicht beweisen, aber sie stimmt trotzdem. Und dann noch was. Dann noch was. Der Ihnen vermutlich bekannte Bischof Marx aus München. Ich finde es ja toll, dass ein katholischer Bischof Marx heißt. Ich warte nur darauf, dass ein protestantischer Bischof den Namen Freud annimmt. Das wäre dann noch besser. Herr Marx hat vor kurzem sich gegen die Verwendung des Begriffes christliches Abendland ausgesprochen. Das heißt, er gibt etwas auf, was eigentlich die Grundlage des Priestentums ist. Mir könnte es als säkularen Juden vollkommen egal sein, aber es ist mir nicht egal. Weil damit geht ein Stück abendländischer Tradition den Bach runter. Und wozu sollen sich dann die Muslime bekennen, zu welchen Werten, wenn wir sie selber nicht mehr haben. Und das ist, glaube ich, entscheidend. Im Übrigen, Sie können nichts planen. Sie haben natürlich vollkommen recht, dass Versäumnisse entstanden sind, weil man nicht lange im Voraus. Wissen Sie, ein Land, aus dem ich komme, aus Deutschland, das einen Flughafen nicht bauen kann, wird auch nicht imstande sein, die Migration vorauszuberechnen. Damit sind wir einfach völlig überfordert. Und es ist von keiner Seite ein Bösewille. Es läuft einfach etwas schief. Und es ist der Anfang, der Anfang einer Lawine, die noch das Schlimmste für uns verspricht. Das soll man erreichen. Ich bin intolerant im Sinne von Karl Popper, dass es keine Toleranz gegenüber Intoleranten geben kann. Kann es nicht. Ich bin intolerant im Sinne von Karl Popper, dass es keine Toleranz gegenüber Intoleranten geben kann. Toleranz ist ein feiner Begriff aus der Zeit von Gotthold Ephraim Lessig. Damit konnten Sie prima ein Theaterstück schreiben, das heute nur noch komisch war. Aber vergessen Sie eins nicht, wer die Toleranz ausübt, jemanden zu tolerieren, hat auch die Macht, ihn zu vernichten, wenn er ihn nicht mehr tolerieren will. Toleranz ist ein vertikaler Begriff, er geht immer von oben nach unten. Unsere Gesellschaften heute, was ich richtig und gut finde, sind horizontal organisiert. Man lebt nebeneinander oder manchmal auch miteinander, aber dieses Gefälle von oben nach unten gibt es nicht. Ich lege auf Toleranz keinen Wert. Wer mich toleriert, könnte es sich am nächsten Tag anders überlegen. Deswegen ist Toleranz in diesem Falle völlig unangemessen. Sie müssen als aufgeklärter Europäer vieles nicht tolerieren. Sie dürfen keine Vergewaltigung von Frauen tolerieren, keinen Missbrauch von Kindern, auch nicht, wenn er in der Familie stattfindet. Es gibt ganz vieles, was nicht tolerabel ist. Und das meiste steht im Strafgesetzbuch. Und das finde ich auch richtig so. Herr Kielitsch, ich leide ja mit Ihnen. Ich kann Sie wirklich gut verstehen. Deswegen würde ich gerne einen konstruktiven Vorschlag machen. Vergessen wir für einen Moment die Juden. Okay? Ich weiß, wir neigen dazu, wir Juden neigen dazu, uns für besonders wichtig zu halten. Und wir sind natürlich das auserwählte Volk. Ich fahre übrigens sehr gerne nach Island, weil die Isländer wiederum glauben, sie sind das auserwählte Volk. Aber das hat sich bis Mitteleuropa noch nicht herumgesprochen. Vergessen wir für einen Moment die Juden. Schauen Sie, meine Schwester, die zehn Jahre älter ist als ich, hat bei einer katholischen Familie in Krakau das Dritte Reich erlebt. Das waren anständige, normale Katholiken, die einfach dachten, sie müssen etwas Gutes tun. Sie haben meine Schwester das Leben gerettet. Das kann ich doch nicht davon abhalten, Herr Kielitsch, auf gewisse Versäumnisse in der katholischen Kirche in den 30er und 40er Jahren hinzuweisen. Bis hin zu der Rappenlinie, die organisiert wurde, um Nazis aus Europa nach Südamerika zu schnurren. Bei allem Respekt für diese wunderbare kleine katholische Familie in Krakau hält mich das nicht davon ab, Kritik an der Institution Kirche zu üben. Und genau das versuchen Sie jetzt. Nämlich Sie sagen, die meisten sind anständig und er übertreibt. Er zitiert übrigens nicht falsch, er zitiert richtig. Kann sein, dass Sie die falschen Schlüssel dafür sind. Nein, nein, kommen Sie. Und ich kenne das Wort aus dem Zusammenhang gerissen. Sie müssen jedes Zitat aus dem Zusammenhang reißen. Sie können nicht jederzeit Brockhaus zitieren, um nicht den Verdacht zu geraten, dass Sie nicht aus dem Zusammenhang gerissen haben. Also vergessen wir die Juden. Gehen wir mal einen anderen Seitenaspekt. Wie geht die islamisch-muslimische Welt mit ihren eigenen Dissidenten um? Und ich sage nur drei Namen. Salman Muschi, Ayan Hirsi Ali und mein Freund Hamad Abdel Samad. Wer, wenn er nach Deutschland kommt, vier bis sechs Leibwächter gebraucht, mehr als Herr Kurz und mehr als Herr Strache, um sich sicher bewegen zu können. Wie geht die islamische Welt mit diesen Dissidenten um? Hat es irgendwo eine Massendemo gegeben gegen die Fatwa über Salman Ruschki? Hat sich irgendeine islamische Gemeinde bereit erklärt, Ayan Hirsi Ali Asyl zu bieten? Gab es eine massive Distanzierung von der Ermordung von Theophan Koch? Ich habe selbst in islamischen Zirken erlebt, dass sie diese Morde gut fanden. Ich will es nicht verallgemeinern. Aber es gibt einfach keine Tradition des Widerworts, keine Tradition des Widerstandes. Und es gibt eine Kultur der Gewalt. Es ist, der Islam ist nicht die Religion, die den runden Tisch und den Dialog auf Augenhöhe erfunden hat. Das kann man, glaube ich, sagen. Vergessen Sie mal die Juden, wir sind Hysteriker, wir sind Übertreiber, wir sind Paranoiker, alles okay. Wie geht Ihre Gemeinschaft mit den eigenen Dissidenten um? Ich pömele mich durch mein Leben seit den letzten 50 Jahren. Ich werde nicht bedroht und ich werde schon gar nicht von den Juden bedroht. Sie mögen mich einfach nicht. Aber Leute, Moslems, und glauben Sie mir, es gibt sehr viele Moslems, die fantastische, kluge Artikel und Texte schreiben. Und die beste Kritik an islamischen Sittengebräuchen kommt von aufgeklärten Muslimen. Und die riskieren dafür ihr Leben. Und Sie und andere haben nichts dazu beigetragen, diese Muslime zu schützen und den Mut zu machen, sich weiterhin öffentlich zu äußern. Und tatsächlich denke ich, dass die Minderheit heute nicht die Juden sind, sondern die Christen, und zwar in muslimischen Ländern. Auch schon die Frage, wie können wir Muslimen helfen, ist eigentlich, entschuldigen Sie bitte, der Ausdruck eines gewissen kulturellen Imperialismus. Was heißt Muslimen helfen, das sind doch keine Deppen, das sind doch keine Behinderten. Die Muslime müssen sich selber helfen. Sie können Muslimen, wie auch andere Gruppen, nicht helfen. Am Ende versagten alle CIA-Bemühungen und der ganze Antikommunismus hat nichts getaubt. Die Leute mussten sich selber helfen, um das System zu überwinden. Und die Frage, wie können Muslimen helfen, oder liberale Muslime, die Frage ist bereits beantwortet. Wir haben alle liberalen Muslime hängen lassen. Auch der Papst hat, glaube ich, in seinem wunderbaren Gemächern, bis jetzt keine verfolgten Muslime aufgenommen. Obwohl es ein schönes Zeichen gewesen wäre, zum Beispiel Ayat Hirsi Ali, einen Asylplatz anzubieten. Hat er nicht gemacht. Und er weiß, warum er es tut. Wir können eben niemandem helfen. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was aus der Vergangenen, aus der Geschichte lernen kann. Und wir sollten gar nicht so tun, als wären wir dazu in der Lage. Wir werden mit unserer hausgemachten Kriminalität und mit abweichendem Verhalten in bestimmten perkehren Gruppen nicht fertig. Und dann kommen wir auf die Idee, dass wir 1,5 Milliarden Menschen helfen sollen. Ja, das ist, ich meine, das Ganze, diese Frage und auch meine unzureichende Antwort zeigt, glaube ich, das ganze Elend des Abendglattes. Vielen Dank.